Ihr müsst jetzt gehen. Ich bin David vom Weingut der Surilie-Brüder. Gaston ist mein Bruder. Unser Weingut bringt die besten Weine in Tamriel hervor. Darüber kann ich nur mit Freunden sprechen. Auch ihr. Kann man schon mal halt warten, ne? Hä? Ich muss auf zwei hin. Der Schitter ist drin. Hallo? Es ist Ausgesetzesbrecher. Der Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Dann zah- Pisse, Alter. Das wäre ja dann mal in der Richtung. Die will ich ja nicht verkaufen. Oder weil ich da reingegangen bin. Bestimmt. Ich bin nicht da rein. Bist, Alter. Äh, ich hol- Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Ahhh... Dann zahle mit deinem Blu- Was ist los, werdet ihr müde? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, ihr gefüttert habt, ihr seid mir, was ihr da habt. Heilige Scheißerbau. Gehrein, meine Früchte, alle glatt. Was reicht es mir aber? Kleine dreckige Arschwäscher. Die Kostümler bei mir, alter. Was bist du da durchgekommen? Gehrein. Gehrein. Money. Gehrein. 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 Was? Ein Alarm wird euren Namen ertönt? Warum darf das denn? Ist aber keiner. Was? Trotzel. Ich konfizziere eure gestohlene Ware. Jetzt heißt es ab ins Gefängnis. Na na. So, mach du mal. Wenn es keine Verhaftung ist, dann nehme ich einfach was und wer alles hat, ne? Dann leg ich meine alten Waffen weg. Scheiße, ja so. Was geht das noch? So. 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 nur noch mehr aber die das waren voll geil durch ich werde nicht mal hier als äh äh, ich werde nicht mal hier als äh äh möget ihr in frieden ruhen ja, mögt ihr während meiner wache hoffentlich hallo wie entkommen aus dem hallo hallo wie soll man überhaupt rauskommen das war ne scheiße, oder? sprüge Sachen kauten, die Sachen nicht mehr hallo wie geht das denn los? alt nein 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 ihr habt gegen die Gesetze verstoßen da ihr die Strafe nicht zahlen könnt müsst ihr ins Gefängnis die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt die ihr nicht zahlen könnt dann klar kann ich zahlen das war einfach nicht ne 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 Was ist das? Oh, das ist schnell, doch. Was ist das? Was ist das? Die hilft mir Halt, ihr habt gegen die Gesetze verstoßen Da ihr die Strafe nicht zahlen könnt, müsst ihr ins Gefängnis Die gestolene Ware ist hiermit sichergestellt Die gestolene Ware Wo? Sag mir das doch mal Ich versteh das nicht Ich muss die Rüstung jetzt auch wegbringen, ihr Dief Ich muss das wegbringen Was ist das? Aha Jetzt geht's auf einmal, ne? Halt! Was? Was ist das? Ey Ja, wo ist denn die gestolene Ware? Wo? Ja, aber wo ist denn die gestolene Ware? Wo? Ja Ich weiß nicht, ne? So ein Kack war Was? Weil die gestolene Ware sind nicht wieder hergestellt Also Verplatz dich Klock 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 weg Wo ist das? Eine da, wo es schnell ist Wo ist das nochmal Wo Joffrey ist Ist der Äh Joffrey Joffrey Ich hoffe... Irgendwo, wo ich hier warte... Da... Soll ich mir mal helfen? Aber ich komm hier nicht weiter... Entweder muss ich so ein Schiebe eingeben oder... Ey... Das ist wirklich so ein Kackbar... Weswegen denn? Gehen wir jetzt mal den Grundanum... Im Regen... Direkt... Hier ist es richtig schon... Grüß euch! Ja... Warte mal, kann ich mir jetzt neu... Waffen holen... Nö... Scheiße... Nein... Ich fürchte, ich bin geradezu beschäftigt... Ja... Ja... Bei den Göttern... Ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuße... Was denn? Wow... Ey, hallo? Hallo, was hast du getan? Hör mal, wie ich mich zu bauen, hallo? Mein Schwert dem Drachen! Halt auf die Flanke auf! Hä? Ach, wir wollen trainieren oder wie? Mein Blut im Kaiserrat! Du wolltest trainieren! Oh, das ist aber... Das darf man aber... Okay... Verstehe ich jetzt nicht... Hör mal! Hör mal! Hör mal! Ich brauche einen Helm! Scheiße! Ich brauche keinen Helm! Ich brauche einen Helm!